Ich habe geschrieben, ich gehe drauf. Ich auch. Verbindend zum Server. Nein. Komm nicht drauf. Barlin. Pissgeburt. Jetzt, jetzt, jetzt. Anmelden, anmelden, anmelden. Bin drin. Bin da auch drin, okay, nice. Wenn uns keiner nachjoinnt. Ich bugge hier irgendwo. Ja, ja, alles gut. Äh. Keiner hat joinnt uns nach gerade. Der Server geht nicht. Der Server laggt. Wie scheiße. Nein. Nichts aus dem Inf nehmen. Nein. Gucken wir mal, ob ich noch Eisen habe. Ja, ich habe 22 Eisen habe ich noch. Okay, nice. Und 8 umgebrannt. Und bei der Mislavarische minus 10. Also er geht wieder. Bei mir läuft wieder erstmal. So, wir nochmal reconnecten. Weil bei uns läuft keine Zeit. Maxi? Ja, reconnected. Wenn es nicht geht. Gut gekickt. Das war Relog 1 von 3. Really, mate? Ah, jetzt kann ich mich bewegen. Äh, reconnecten. Einfach reconnecten. Ich bin. Wann the fuck? Fuck. Download. Download. Du hast alles. Du hast alles. Ich kann nichts machen. Ich kann auch nicht essen. Oh nein, die Zeit springt. Der Server lag des Todes. Weil Barlin auch laggt. Die Zeit springt von 20 Minuten auf 19,26. Und jetzt gleich springt sie locker nochmal. Ja, der legt sie scheiße. Warte, ich ruf Barlin mal. Achso, ich move ihn mal eben. Ich kann einfach nix machen. Das war Relog 2 von 3. Wieso das denn? Du bist bei mir nichtmals drauf. Bin drauf. Nein. Hey, doch. Ja, ich hab wieder keine Verbindung zum Server. Ah, jetzt. Lol, oh, mag dich. Achso, ja. Maxi. Bei mir buggt alles. Lol. Äh. Gotti? Äh. Ich bin in der Wand. Hey, du, bei mir stehst du ganz normal rum. Ich bin in der Wand. Ja, war ich gerade auch die ganze Zeit. Wurdest du dann geportet? Nee, da wurde ich gekekelt. Oh, ist ein Loch. Der leckt halt wie scheiße. Das Loch hab ich gerade gegraben. Aber du stehst bei mir neben. Ich kann halt nichts machen. Äh. Ich droppe dir mal. Ich kann nix abbauen. Ich kann gar nix. Dieser Server. Er ist top. Äh. Alter, du kriegst auch Hodenkrebs bei, Alter. Du bist tot? Zeitüberschreitung. Was? Berlin hat geschrieben. Hä, ich bin auch tot. Zeit ist tot. Hä? Was? Was?